Oh, mein Vortrag. Amazon Wine Inside. Ich bin Habrock. Ich muss sagen, ich bin gewissermaßen die Krankheitsvertretung. Meine Frau Tanja, die eigentlich den Hauptteil des Vortrags halten sollte, ist leider krank. Und so müsst ihr mit mir vorlieb nehmen. Es geht um das Amazon Wine Programm und auch um ein paar andere Sachen, die uns bei Amazon als Kunden aufgefallen sind. Aber erst mal, wovon reden wir überhaupt? Also das sind jetzt so normale Rezensionen. Und vielleicht ist euch bei Rezensionen schon mal das hier aufgefallen. Also der Text, Weinprodukt-Tester oder Testerin und Weinkunden-Rezension eines kostenfreien Produkts. Erstmal ein Disclaimer. Also weder Tanja noch ich arbeitete bei Amazon. Und wir können noch niemanden zu diesem Programm einladen oder dafür vorschlagen. Und wir haben jetzt auch nicht irgendwelches Geheimwissen oder Zugriff auf interne Informationen. Lediglich das, was uns so aufgefallen ist und das, was im offiziellen Forum für die Hawaiian-Mitglieder bei Amazon zu finden ist. Das Forum ist auch öffentlich zugänglich. Man muss nur ein bisschen danach suchen. Also Link habe ich jetzt nicht dafür. Namensnennungen irgendwelcher Firmen oder Produkte lassen sich nicht unbedingt vermeiden während des Vortrags. Wir wollen aber keine Werbung machen und kriegen jetzt auch für Werbung ja kein Geld oder so. Also Übersicht über die einzelnen Punkte des Vortrags. Der Hauptteil ist Amazon Wine. Also wie das dann angefangen hat für Wein-Mitglieder. Wie sich das im Laufe der Zeit so entwickelt hat. Ob man da ein gewisser Sucht- und Spielcharakter erfahren ist. Dann Übersicht über die Tätigkeit. Kritikpunkte, die es von außerhalb durchaus immer mal wieder gibt. Ob man davon dann jetzt größere finanzielle Vorteile hat. Dann weitere Themen des Vortrags. Fake-Rezensionen allgemein. Wie man sie erkennen kann oder was es da für Indizien gibt. Dann Personalisierung. Was ja durchaus an verschiedenen Stellen immer mal wieder angedacht wird. Was im Wein-Programm schon vorhanden ist. Und wie gut das aus unserer Erfahrung funktioniert. Dann Zukunfts-Prognosen anhand von Amazon Wine. Da das Programm offenbar auch als Testbett genutzt wird. Und dann noch ein paar Bugs, die wir schon mit Amazon hatten. Los ging das Ganze im Mai oder Juni 2010. Da hat Tanja dann eine Mail bekommen. Die ein bisschen nach Spam aussah. Und vermutlich für einige Leute so nach Spam aussah, dass sie nicht auf den Link geklickt haben. Obwohl dann die Rede davon war, dass Amazon für besonders geschätzte Rezensenten ein Programm auflegen will. Dass man Produkte, die kurz vor Veröffentlichung stehen oder gerade frisch rausgekommen sind, schon rezensieren kann. Irgendwo bei Amazon findet sich da noch eine Beschreibung. Ich weiß nicht, wie gut man es lesen kann. Es ist die Rede von einigen der vertrauenswürdigsten Rezensenten bei Amazon. Die Anzahl der Wein-Rezensenten ist nicht öffentlich bekannt. Es haben ein paar Leute unabhängig voneinander nach der Anzahl unterschiedlicher Wein-Accounts mal gesucht und sind auf Zahlen von 1200 bis 1500 aktiven Accounts gekommen. Dass es in der Größenordnung liegen müsste. Die Überlegung, die Besten der Besten Rezensenten. Also sind hier beispielhaft drei Wein-Rezensenten. Also wie gesagt, das sind so vielleicht 1500 aktive Rezensenten. Und wenn man das sieht, Rang 13.000, 12.000, 8.000. Und es können nicht nur die wirklichen, sozusagen am höchsten eingestuften Rezensenten bei Amazon sein. Also hier jetzt mal, das ist glaube ich aus Dezember, die Rezensenten da auf den Plätzen 1 bis 10. Möchte jemand schätzen, wie viele davon jetzt im Wein-Programm sind? 8 ist zu hoch, 0 ist ein bisschen zu wenig. Zwei Stück, das sind's. Ja, und auch beim Start des Programms. Die Person, die auf Platz 1 der Rezensentenliste lag, hat sich dann ziemlich über das Programm aufgeregt und dann auch doch ziemlich gegen die Weiner gestänkert. So als Detail am Rande. Also wir haben dann die Vermutung, dass die Auswahl nach Marktforschungsregeln erfolgt. Also irgendwie sortiert, dass man eine Bandbreite bei Alter, Kaufverhalten und so weiter und so fort hat. Aber wie genau das ausgewählt wurde, ist auch nicht bekannt. Ja, wie schon gesagt, im Mai oder Juni 2010 kam die Einladung und irgendwann im Juli ging es dann los. Also da kam der erste Newsletter und das sah dann so aus, dass er donnerstags ungefähr um 10 Uhr an einem Donnerstag der Newsletter kam und an einem anderen Donnerstag in dem Monat der Rest der Newsletter. Das waren also die Sachen, die aus dem Newsletter nicht dann komplett genommen wurden, dass man aus denen dann noch auswählen konnte. Beim Newsletter und beim Rest des Newsletters konnte man jeweils maximal zwei Produkte bestellen, um die dann zu rezensieren. Da die 10 Uhr nicht exakt war, hat die F5-Taste bei den Leuten durchaus leiden müssen. So, Symbolbild. Also, das hieß dann für viele so ungefähr eine Viertelstunde vor 10 Anfang einem Rechner F5, 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 bis sich die Seite aktualisiert, weil hochwertigere Produkte durchaus innerhalb von Sekunden dann komplett weg waren. Nach anderthalb Jahren kamen dann weitere Tester dazu. Da ist dann Leuten, die so hobbymäßig Statistik machen, aufgefallen, dass die auffällig viele Buchrezensionen geschrieben haben. Also, eventuell für die Bücher, die dann im Newsletter drin waren, dass da mehr Rezensionen reinkommen oder so. Irgendwann kam zum Newsletter und Rest des Newsletters noch der letzte Schwarz-Newsletter. Irgendwie einmal pro Monat montags. Da gab es dann keine Begrenzung darüber, wie viele Artikel aus dem Newsletter man nehmen konnte. Es fing dann an, dass personalisierte Newsletter und Rest der Newsletter rausgegeben wurden. Das heißt, man hat nicht mehr alle Produkte gesehen, die zu diesem Zeitpunkt dann als Testprodukte da waren, sondern personalisiert. Wie gut die Personalisierung funktioniert hat, da komme ich dann später nochmal dazu. Ja, und mittlerweile ist es umgestellt, dass es einmal eine Liste persönliche Vorschläge und eine Liste Wein für alle gibt. Das heißt, man sitzt nicht mehr an festen Zeitpunkten pro Monat dann vorm Rechner, um was zu bekommen, sondern da kann jeder Zeit, da können da Produkte reinkommen. und gleichzeitig wurde auch umgestellt, wann man Produkte überhaupt bestellen kann, die Regelung, und wie viele Produkte man bestellen kann. Da komme ich später nochmal dazu. Und dann, es gab ein paar Auffälligkeiten, bei, wenn, was auch nicht ganz so gut funktioniert hat. Also, Support erfolgt wohl hauptsächlich aus den USA. Also, es gab im offiziellen Forum einige Texte, obwohl die erstaunlich mäßig übersetzt waren. Und wenn es Probleme gab, konnte es sein, dass die dann erst abends deutscher Zeit behoben wurden, irgendwie, wenn in den USA dann die Bürozeiten beginnen. Es dürfte aber auch ein kleines Support-Team in Deutschland, genauer in Bayern, gegeben haben. Der Newsletter war nämlich am 1. Donnerstag im Monat, sofern dieser Donnerstag in Bayern kein Feiertag war. Wenn in Bayern ein Feiertag war, haben sich die Leute zum Teil gewundert, warum kein Newsletter kommt. Der kam dann eine Woche später. Und es gab wohl auch Fälle, wo sich Personen dann gewundert haben, dass so bis halb elf kein Newsletter da war. Dann irgendwie eine Kontaktperson, die sie mühsam mal rausbekommen haben, angerufen haben. Und kurze Zeit später war der Newsletter dann online. Es erscheint also nicht irgendwie nur per Grundjob oder so, der Newsletter freigeschaltet worden zu sein, sondern dass jemand eine Taste drücken muss oder so. Also, das habe ich gerade eben schon gesagt. Dann, was auch noch auffällig war, das Weinprogramm wurde in Deutschland einige Jahre nach den USA und Großbritannien eingeführt. Wenn es dort dann eine Umstellung gab wie den Letzte Chancen-Newsletter, dann wurde das ursprünglich erst Monate später in Deutschland eingeführt. Aber die letzte Umstellung auf dieser persönlichen Empfehlungsliste, die erfolgt in Deutschland dann aber nur wenige Tage nach der entsprechenden Umstellung in den USA. Ja, dann haben wir uns natürlich die Frage gestellt, wozu das Ganze? Also, was bringt das Amazon? Die ursprüngliche Aussage war, dass sie mehr gute und ausführliche Rezensionen zu irgendwelchen Produkten haben wollen. Das habe ich dann auch erst mal geglaubt. Im Laufe der Zeit sind uns dann Sachen aufgefallen, wo das nicht ganz so hinhaut. Also, es ergibt durchaus hauptsächlich bei Büchern, dass man Rezensionsexemplare dann schon vor dem offiziellen Marktstart bestellen kann. Durchaus auch irgendwelche Vorabdrucke, um die zu rezensieren. Das ist aber eher selten und kommt bei anderen Produktkategorien meines Wissens zu gut überhaupt nicht vor. Uns ist dann aufgefallen, dass es zumindest für die Wine-Mitglieder durchaus eine Möglichkeit der Kundenbindung ist. Einmal, wenn man sowieso schon bei Wine ist, kann man ja auch in der normalen Amazon-Seite noch ein bisschen stöbern. Man ist also durchaus häufiger auf der Seite. Man sieht dann durchaus auch Produktkategorien, nach denen man bei Amazon normalerweise nicht unbedingt schauen würde. Also, so Beispiele, Putzmittel oder irgendwie Duschgel oder so, hätte ich bei Amazon eigentlich ursprünglich nicht erwartet. Dann teilweise wird man sehr einfach dazu gebracht, zu dem Testprodukt noch was dazu zu bestellen. Zum Beispiel, wenn von der Trilogie Band 2 dann als Testprodukt angeboten wird, ist es doch recht wahrscheinlich, dass man sich auch noch Band 1 dazu kauft, um nicht mitten in der Story einzusteigen. Und das kam durchaus häufiger vor, dass mit Band 2, also dass nur Band 2 dann aufgetaucht ist. Dann ist uns aufgefallen, es ist offenbar auch eine gute Möglichkeit, um Restposten aus dem Lager zu bekommen. Weihnachtsbaumlichterketten als Testprodukt im Januar sind relativ sinnlos, wenn es darum geht, ausgewogene Rezensionen für das Produkt zu bekommen. Dass die im Lager rumliegen und raus sollten, fand ich dann durchaus logischer. Und dass irgendwelche künstlichen Weihnachtsbäume im August dann als Testprodukte angeboten werden, da fanden wir dann auch recht seltsam. Dann gab es auch schon einige Fälle, dass ein Artikel als Testprodukt aufgetaucht ist, aber für normale Kunden als nicht mehr verfügbar gekennzeichnet war. Zum Beispiel diese Reinigungsschwemme waren im Newsletter, aber für normale Kunden sahen sie so aus. Derzeit nicht verfügbar. Da gab es auch schon einige Beispiele davon. Ja, es hatten schon eine gewisse Sucht- und Gaming-Charakter. Also das war das Ergebnis eines letzten Chancen-New-Earth-Letters. Ja, das sind ein paar Pakete. Das waren dann hauptsächlich mit dem Laserdrucker bedruckbare Etiketten. Ja, eine ganze Menge davon wurde dann weitergegeben. Und wir haben immer noch davon. Und dann natürlich Beobachtung, wo ist die Bestellung. Denn dass man das Produkt bestellt hat, heißt noch nicht, dass man es bekommt. Denn es kann bei Amazon abbrechen. Es kann irgendwo auf dem Versandweg mit verschiedenen Versanddienstleisten ja Probleme geben. Also schon die Frage, wann kommt das Produkt an und so weiter. Ja, also das ist dann die Übersicht über die Tätigkeit. Also nach interessanten Artikeln schauen, bestellen, irgendwann Pakete entgegennehmen, testen und mittlerweile innerhalb von 30 Tagen rezensieren. Zusätzlich möchte Amazon noch, dass die persönlichen Informationen, Angaben über den Haushalt, Freizeitaktivitäten und Hobbys und so weiter, aktuell gehalten werden für die Personalisierung. Wie gesagt, komme ich dann halt gleich noch dazu. Ja, es gibt von außerhalb einiges an Kritik an dem Programm. Durchaus auch, denke ich, einiges an gerechtfertigt. Also mangelnde Transparenz. Wie schon gesagt, auch als Mitglied des Programms wird man über viele Hintergründe im Dunkeln gelassen. Dann, dass die Vorschläge nicht an die passende Zielgruppe gehen, sondern an die Tester nach irgendwelchen unklaren Verfahren gestreut wird. Aber nicht unbedingt an Leute, die sich mit der Produktkategorie so extrem gut auskennen müssen. Also, dass es keine professionellen Rezensenten sind. Also das kommt durchaus von Fachzeitschriften, dass man denen doch das Testen überlassen soll. Aber das ist wohl Absicht, dass tatsächlich mal Verbraucher die Produkte testen, um dann aus Verbrauchersicht eine Rezension schreiben zu können. Dann, dass zu positiven Rezensionen geschrieben werden. Ja, also, ist er durchaus möglicher. Weiß ich jetzt nicht, ob das schon mal jemand ausgewertet hat, wie positiv dann die Rezensionen aus dem Programm sind gegenüber normalen Rezensionen. Aber einige versuchen dann durchaus schon eine ausgewogene Rezension zu schreiben. Okay, also finanzielle Vorteile. In gewisser Weise aber nicht so wirklich. Also, es sieht so aus, dass Produkte innerhalb von sechs Monaten zurückgefordert werden können. Danach gehen sie ins Eigentum des Wine-Testers über. Rückforderungen oder Kontrollen, dass die Artikel jetzt nicht zu früh verkauft werden oder so. Da gibt es so gut wie nie Kontrollen. Also, uns ist ein Fall bekannt, wo jemand das wegen zu frühem Weiterverkaufen aus dem Programm rausgenommen wurde, was aber schon extrem seltsamer gestaltet war. Die Person hat mit einem Account, der gerade noch hintendran eine Zahl hergehängt hatte, und ging mit dem Wine-Account auf Amazon Marketplace genau das Testprodukt verkauft. Und das innerhalb von Tagen. Das war dann doch zu auffällig. Dann teure Artikel kommen jetzt nicht so häufiger mal rein. Beziehungsweise dann teure Artikel, die einem jetzt nicht so viel nutzen, komme ich bei der Personalisierung noch drauf. Und häufig genug sind die Artikel dann auch nicht wirklich das, was man selber kaufen würde. Also, Fernseher, die als Testprodukte reinkamen, die laufen ja jetzt im Verwandten- und Bekanntenkreis häufig. Und unseren haben wir uns selber gekauft. Weil die Testprodukte dann doch nicht das gemacht haben, was wir uns vom Fernseher erwarten, sondern verschiedenste Problemarten hatten. Okay, also, wir haben Beispiele, neben den angesprochenen Fernsehern, auch der Laptop, der einmal da drin war, das war ein ziemliches Einsteigermodell. Also, außer von Prozessor und Hauptspeicher war der nicht viel besser als ein Netbook. Also, dass die Laptops eigentlich, die immer wirklich im Einsatz sind und auch selber gekauft sind. Kameras haben wir dann auch schon ein paar verteilt. Und, ja, der Saugroboter, der mal im Newsletter war, der steht mittlerweile bei uns im Space und macht da hin und wieder sauber. Auf einmal für zu Hause war der nicht wirklich brauchbar. Ja, aber es gibt auch Artikel, die wir mögen. Das sind jetzt durchaus nicht hochpreisige Artikel. Also, nicht alles hochpreisige Artikel. Beispiel, die Gewürze kaufen wir dann, kaufen wir durchaus selber nach. Und, ja, Nervs haben wir mittlerweile auch bedeutend mehr selber gekauft als Testprodukte bekommen. zum Beispiel. Ja, oder Schreibtischstuhl. Haben wir dann auch noch einen nachgekauft, weil uns der so gut gefallen hat. Okay, dann komme ich zum nächsten Punkt. Eine Fake-Rezension erkennen. Also, es ergibt ja die Möglichkeit, hilfreich, nicht hilfreich zu markieren. Das ist nicht unbedingt ein Kriterium. Vor allem, früher war es dann bei Wein, also bei Weinleuten so, dass kurz vor dem Newsletter es auf verschiedenste Rezensionen nicht hilfreich Klicks gehagelt hat. eventuell war da die Hoffnung, damit bei anderen Testern irgendwie die Produktauswahl beeinflussen zu können oder so. Also, es kann ein Kriterium sein, muss es aber nicht. Aber es gibt ein paar Indizien, die uns im Laufe der Zeit auch gefallen sind. Also, dass die Wortzahl gerade so erreicht wird, ist ein recht gutes Kriterium, dass man die Rezension ignorieren kann. Das kommt zum Teil auch daher, dass Leute wohl das Gefühl haben, das Produkt rezensieren zu müssen und dann entstehen Rezensionen, wo dann aus dem Text klar hervorgeht, dass die Person versucht, gerade so über die Wortzahl zu kommen. Habe ich jetzt aber leider kein Beispiel da. Dann gibt es auch Rezensionen ohne eigene Meinung, die im Grunde die Produktbeschreibung dann runterbeten oder klappen Text bei Büchern oder so. Das deutet dann auch darauf hin, dass die Person das Produkt nicht unbedingt in der Hand gehalten hat. Bei Büchern oder Filmen nur die Inhaltsangabe abgeschrieben im Grunde. Dann gibt es Fälle, wo bei Produkten, die nicht so gut bewertet waren, plötzlich eine Menge Fünf-Sterne-Rezensionen einläuft. Was dann auch auffällig ist, dass diese Fünf-Sterne-Rezensionen vielleicht nicht ganz so objektiv sind. Oder Ausreißer im Bewertungsschnitt. Oder dass eine Person bei einem Artikel, der bis jetzt schlecht bewertet war, irgendwie ihre erste Rezension abliefert oder auch sowas die Person bewertet. Viele ähnliche Produkte des gleichen Herstellers alle mit Fünf-Sternen. Und dann kommt es bei Wein zu Fake-Rezensionen. Das ist dann ja auch durchaus eine relevante Frage. Da möchte ich mal die Regeln, wann man neue Produkte bestellen kann und deren Änderung mitteilen. Und dann kann sich jeder selber ein Bild machen, ob da alle Rezensionen ausgewogen sind und komplett nach Test des Produkts entstanden sind. Also früher war es so, man musste mindestens 75% der Artikel, die man erhalten hat, rezensiert haben, dass man neue Produkte bestellen konnte, aber dann beim Newsletter und Rest des Newsletter maximal zwei Produkte bestellbar waren. Jetzt hat man nach der Bestellung des Artikels 30 Tage plus sieben Tage für die Lieferung, bis die Rezension da sein muss. Wenn ein Artikel nicht rezensiert ist, kann man keine neuen bestellen und außerdem kann man maximal fünf Artikel offen haben. Also wenn man fünf Artikel offen hat, kann man keinen sechsten bestellen. Könnte man durchaus auf die Idee kommen, dann mal schnell eine Dummy Rezension auf einen Artikel zu schreiben und die dann erst später durch eine richtige auszutauschen. Zusätzlich ist noch zu beachten, vom Einstellen einer Rezension bis sie dann noch tatsächlich freigeschaltet wird, kann es bis zu zwei Tage dauern, nach unserer Erfahrung. Häufig sind sie fast sofort da, aber es kann noch ein paar Tage dauern. Auswirkungen der neuen Regel, verfrühte Rezensionen, also wenn ich im Sommer einen Weihnachtsbaum erhalte, muss ich dann halt innerhalb von 37 Tagen die Bewertung schreiben und kann ich bis Weihnachten warten, um ihn tatsächlich zu testen, sozusagen im Realeinsatz. Langzeittests fallen damit dann auch aus, bei der 75% Regel war das durchaus möglich, dass man ein Produkt auch dann über zwei Monate sich mal anschaut, wie sich das dann über einen längeren Zeitraum verhält, aber das geht mittlerweile dann auch nicht mehr, wenn man die Möglichkeit haben will, irgendwelche Produkte die reinkommen zu bestellen. Personalisierung das gibt es bei Wine seit etwa anderthalb Jahren, das ist auch für Normalkunden schon angekündigt, dass er das machen will, bis hin zu solchen Überlegungen Produkte schon los zu schicken, bevor der Kunde überhaupt weiß, dass er bestellen will. Da gab es die Überlegung, dass Produkte irgendwie schon in Versandzentren inzwischen gelagert werden oder so. Ja, also bei Wine hat das dann angefangen mit dem persönlichen Newsletter, wo dann Vorschläge reinkamen. wie die Personalisierung erfolgt, gibt etwas nicht bekannt, da kann man dann auch nur schauen darauf, was habe ich gemacht und wie könnte sich das dann auf die Personalisierung ausgewirkt haben, auf die Produkte. Also einmal sollen die Weinmitglieder Präferenzen angeben. Durchaus recht detailliert, das funktioniert aber nicht so wirklich. Also das ist dann jetzt was man da in Präferenzen angeben kann. Zum Beispiel keine Kinder angegeben, es kommen trotzdem immer wieder Babysachen und Babyzubehör in den Newsletter. Oder als wahrheitsgemäß Katze noch angewählt war, kam durchaus auch Hundefutter, Aquarien- und Terrarien- Zubehör. Womit man bei den Katzen dann nur begrenzt was anfangen kann. Beobachtungen zur Personalisierung. Das sind jetzt jeweils noch unsere Vermutungen. So war der Eindruck, dass wenn man einen Artikel gekauft und rezensiert hat, dass es nach etwa zwei bis drei Monaten sein kann, dass Artikel dieser Kategorie im Newsletter landen. für die ganzen Punkte gilt, andere Weinmitglieder können das zum Teil oder häufig nicht bestätigen, die Beobachtung. Also dann gab es auch noch wenn man länger in einer Kategorie stöbert, ob das dann zu Produkten der gleichen Kategorie im Newsletter führt. So hat meine Frau vor dem Kongress länger nach dem Deck Telefon geschaut und hatte dann ein Windows Smartphone irgendwann Newsletter. Da gab es dann auch ein paar Beispiele, was in die Richtung lief. Oder führen Bestellungen bei Wein oder als normaler Kunde zu weiteren Artikeln aus der Kategorie ist eine Vermutung. Da gab es dann so schöne Beispiele. Tanja hat Stifte bestellt und fünf Minuten später hatte sie denselben Stiftsatz im Wine Newsletter drinstehen. Was uns doch recht seltsam vorkam als Ja oder auch irgendwie wenn man einen Heizlüfter genommen hat kommen weitere Heizlüfter dann in Newsletter hatten wir auch schon Heizlüfter Ventilatoren und sowas. Dann wenn man eine zu negative Rezension schreibt scheint das dazu zu führen dass man für die entsprechende Kategorie irgendwie herabgestuft oder entfernt wird. Also selbst wenn der Artikel halt objektiv nicht ganz so brauchbar ist sie hatte dann vor Jahren mal ein VTab erklickt und das hat uns nicht so sonderlich gut gefallen ich weiß nicht ob sich noch jemand an dieses Tablet erinnert ist schon ein paar Jahre dass es das gab sodass es dann dass wir eine mäßige Rezension dazu verfasst haben und seit immer kommt recht wenig aus der Kategorie Computer und Zubehör obwohl doch recht viel aus der Kategorie als normale Kunde von uns bestellt wird also aus unserer Erfahrung die Personalisierung funktioniert nur eingeschränkt und jetzt ein paar Beispiele also jemand anders der im Weinprogramm ist hat eine Waschmaschine gekauft und hatte im nächsten personalisierten Newsletter nur Waschmaschinen drin und ich glaube die wenigsten Leute brauchen mehr als eine Waschmaschine oder können sie auch sinnvoll unterbringen um sie zu testen oder so das war dann auch ein Beispiel für die Verwandtschaft hat sich gefreut dann bei den also bei der Auflistung was man also für die Personalisierung für den Weinmitglieder und da ist es durchaus detailliert also auch dass man doch bitte Kleidungsgröße und Schuhgröße angreben soll und so weiter und da gab es dann durchaus Fälle wo Personen ein und denselben Sportschuhe in den unterschiedlichsten Größen im Newsletter drin hatten bis auf ihre Schuhgröße also das war irgendwie Schuhgröße 39 angegeben es war 37 es war 38 es war 40 es war 41 es war 42 im Newsletter also diese dann wie schon erwähnt auch wenn man angibt keine Kinder kommen trotzdem immer wieder Babysachen in den Newsletter egal ob man daraus dann was bestellt oder nicht oder ein anderes schönes Beispiel aus dem Newsletter wurde ein haben wir einen Etikettendrucker von Dymo genommen und daraufhin kamen in den Newsletter verschiedenste Etiketten für Dymo Drucker die aber nicht zu dem genommenen Drucker passen Zukunftsprognose aufgrund dessen dass Wein offenbar auch für irgendwelche Tests genutzt wird wie das funktioniert also ein Beispiel außer meiner Beobachtung ist es so dass mittlerweile so gut wie alles von Amazon einzeln versandt wird auch wenn man angibt möglichst wenige Lieferungen zusammenfassen ich weiß nicht ob andere die Beobachtung bestätigen können dass man sich mittlerweile wundert wenn mehrere Sachen in einem Karton zusammengefasst sind und das war bei Wein von Anfang an so dass die Produkte einzeln versandt wurden und teilweise auch in viel zu großen Kartons also nein in dem Karton war nicht mehr drin als das Klebeband ja da hätten ein paar Rollen mehr reingepasst dann Versand direkt vom Hersteller scheint bei Amazon Wein mittlerweile zu laufen also es war vor ein paar Jahren mal irgendwie in der Presseartikel das zum Beispiel bei Procter und Gamble im Grunde direkt aus deren Lager von Amazon verschickt wird und kurz danach waren im Newsletter dann verschiedenste Reinigungs- und Badprodukte von Procter und Gamble scheint dann auch darüber erst mal getestet worden zu sein oder so und ich würde mal vermuten dass das mittlerweile ausgeweitet wurde dann zusammenlegen das Support also das Support eventuell eher in USA sitzt oder irgendwo in Ländern die von der Rechtslage im Land des Kunden nicht unbedingt Ahnung haben müssen scheint so zu sein und auch zuzunehmen ja dann ein paar Probleme und Bugs die wir bei Amazon schon hatten nicht unbedingt im Wein Programm aber dort auch also so scheint die Chat Betreuung irgendwie erstmal von Software abgefrühstückt zu werden bis der Fall zu schwierig wird oder so auch wenn der Chat so tut als säße am anderen Ende ein Mensch dann was immer mal wieder vorkommt dass ein falscher Artikel versand wird oder ein Artikel an die falsche Adresse versand wird was dann üblicherweise dazu führt dass vom Support kommt können wir nicht nachverfolgen wir schicken den Artikel noch mal raus und den anderen können sie behalten wir hatten dann auch schon mal irgendwie Trinkbecher der von jemand komplett anders bestellt wurde und dann bei uns gelandet ist aber irgendwie Amazon wollte den nicht zurück geschickt haben oder dass der abgeholt wird oder so der steht immer noch bei uns rum wie schon gesagt versand den falschen Empfänger dann gab es das Problem also meine Frau hatte ein Konto bei Amazon Deutschland und ein davon unabhängiges Konto bei Amazon.com um aus den USA Sachen bestellen zu können und irgendwann hat das Einloggen nicht mehr funktioniert und auf Nachfrage hieß es dann sie hatte ein Doppelkonto das sah dann aus als er hätte Amazon den Datenbestand zwischen den verschiedenen Ländern bereinigt und dabei diese beiden Konten zusammengelegt was dann irgendwie dazu führte dass weder mit dem Konto für Amazon.com noch mit dem Passwort für Deutschland ein Login erfolgen konnte und irgendwie Supporter hat sich bemüht aber hat irgendwie nicht wirklich weiterhelfen können die Lösung war dann irgendwie auf Amazon bisher nicht bekannte Mail-Adressen umstellen und neues Passwort vergeben und so weiter um das dann trennen zu können und um das Einloggen überhaupt wieder zu ermöglichen dann war bei Amazon.de irgendwann mal angekündigt dass es jetzt einen Beta-Test Englischer gibt dass man die Sprache umstellen kann also meine Vermutung war dass die in einzelnen Ländern dann doch auf unterschiedliche Code-Basis gelaufen sind und das nach und nach bereinigt wurde Tanja hat das umgestellt also war dann hier bei Einstellungen gibt es irgendwo Spracheinstellungen ändern ist mit neu gekennzeichnet sieht dann so aus kann man auf Englisch umstellen war eine schlechte Idee danach gab es nämlich ein Problem Laptop Anrufe beim Support ist irgendwo rausgekommen auch englischsprachig und das wäre noch nicht so ein Problem gewesen dass die Person einmal meinte nein sie darf nicht mit mir sprechen sie darf nur mit dem Account Inhaber sprechen für die Problembeschreibung und selbst Tanja meinte ich erlaube es ihnen dass sie mit meinem Mann sprechen dürfen nein darf sie nicht also wir haben dann stille Post gespielt ich habe das Problem beschrieben Tanja hat es am Telefon nochmal wiederholt was ich gesagt habe und die Person war auf der Ansicht der Händler hat jetzt mit dem Problem nichts zu tun wir sollen uns an den Hersteller wenden obwohl es noch weniger als sechs Monate nach dem Kauf war also gesetzliche Gewährleistungsfrist aber es ging dann doch dass sie diesen Rechner irgendwie als Defekt zurückgenommen haben direkt danach hat dann die Sprache wieder auf Deutsch umgestellt um in Zukunft mit dem deutschen Support zu tun zu haben also ein paar Lösungsansätze wie im Fall des Doppelkontos selber überlegen was das Problem sein könnte und wie man das umgehen könnte dass es wieder funktioniert man die Spracheinstellungen besser nicht ändern wenn es möglich ist aus den eben beschriebenen Gründen und auf dem tatsächlich am eigenen Ort gültigen Recht bestehen auch wenn der Support anderer Ansicht ist ja und außerdem viel Glück ja das war es dann von meiner Seite wenn Fragen sind könnt ihr dir jetzt gerne stellen oder sonst unsere Twitter Handles auch zu kontaktieren Du hast ja gesagt wenn man dass es nicht 30 Tage rezensiert kann man keine Artikel mehr bestellen die Frage war wenn man innerhalb dieser 30 Tage die Rezension nicht einstellt dass man dann nichts bestellen kann wie das aussieht wenn man nach den 30 Tagen rezensiert also wenn die überfällige Rezension dann mal geschrieben wurde und dann auch tatsächlich angenommen wurde also veröffentlicht wurde kann man dann kann man wieder bestellen ja also hat sich dann nicht ein für allemal ausgeschlossen das haben wir noch nicht ausprobiert ob sich das dann auf den nächsten Newsletter auswirkt vermutlich nicht aber wir wissen es nicht genau die Frage war bei den Produkten die für normale Kunden schon gar nicht mehr verfügbar sind nur noch für Weinretzen senden was da Sinn für Amazon ist okay kam vermutlich nicht ganz so deutlich rüber also unsere Vermutung ist dass das für Amazon dann der Sinn ist da liegen noch vier Stück davon im Regal die wollen wir halt mal raushaben dass wir tatsächlich nichts mehr davon im Regal rumliegen haben und bevor wir was wegschmeißen setzen wir es erstmal in den Newsletter vielleicht nimmt es ja jemand die Frage war wie viel Prozent eigentlich zurückgefordert werden also wie gesagt in den USA läuft es ja schon länger und da gab es glaube ich auch noch keine Rückförderung von irgendwelchen Produkten also es steht dann vermutlich aus irgendwelchen rechtlichen oder steuerlichen Gründen oder so drin dass die zurückgefordert werden können aber es kam wohl noch nie vor uns ist zumindest nichts bekannt so und die Frage war ob die Weinrezensenten um die Produkte konkurrieren wie das jetzt mit den personalisierten Newslettern ist wissen wir nicht genau aber zumindest zumindest früher war das so dass für den Newsletter halt eine bestimmte Anzahl an Produkten zur Verfügung stand und wer zuerst bestellt hat hat was davon bekommen die anderen nicht deswegen auch das Quellen der 5 Taste denn wenn man fünf Minuten nach dem Freischalten des Newsletters dann reingeguckt hat konnte man sich sicher sein dass Kameras Laptops und so weiter weg waren und nur noch irgendwelche Bücher oder so als Testprodukte zur Verfügung standen Also die Frage war bei den etwa 1513 Senden wie viele Produkte dann jeweils also wie viel von einem Produkt jeweils drin im Newsletter ist also früher war das erkennbar da hat dann ein Zähler runtergezählt zumindest bei weniger als 10 Produkten mittlerweile ist das nicht mehr erkennbar weil die Newsletter ja irgendwie personalisiert sind sodass nicht jeder die Produkte sieht aber früher war das durchaus in Größenordnung fünf bis zehn Stück von einem Artikel also dementsprechend konnte innerhalb von Sekunden sein dass der Artikel dann weg war ja die 1200 bis 1500 aktiven Weinrezensenten das ist dann Amazon DE deutschsprachig die Frage war ob es in Österreich auch Weinrezensenten gibt da muss ich sagen das weiß ich nicht das haben wir nicht nachgeschaut aber kann kann jemand sagen ob es diesen grünen Schriftzug auch bei Amazon AT beiden Rezensionen gibt ob der jemandem schon aufgefallen ist also okay also wenn Amazon AT eine weitere Leitung auf Amazon DE ist dann dürften das die gleichen Rezensenten sein ob es in Österreich welche gibt kann ich aber nicht sagen ist mir nichts bekannt eventuell dann Tanja mal fragen vielleicht weiß jeder was ich habe es nicht bekommen oder zahlen sie jetzt den vollen Preis für das Produkt oder nicht die Frage war ob wir den vollen Preis für die Produkte zahlen ok habe ich ja wohl auch nicht deutlich genug gesagt also die Produkte werden von Amazon kostenlos geliefert also da zahlt man dann als Weinrezensenter nichts dafür wenn die Anzahl begrenzt ist ist es dann so dass diese E-Mail kommt und dann sofort rendemäßig irgendwas bestellt zum überhaupt was zu kriegen was vielleicht gar nicht passt die Frage war also bei der begrenzten Anzahl ob man dann eventuell random mäßig was bestellt um überhaupt irgendwas zu kriegen ich sag mal jein in der Übersicht über die Produkte hat man die Überschrift der Beschreibung und ein Bild und in der Praxis orientiert man sich oder zumindest früher orientierte man sich dann eher an dem Bild was dann auch schon dazu führte dass Tanja auch mal dachte sie hat ein Tablet erklickt das Tablet hatte dann 37 Zoll und war ein Fernseher und mittlerweile durch den durch die zeitliche Entzerrung ist es aber nicht mehr so dass man das Gefühl hatte sich in Sekunden entscheiden zu müssen um überhaupt eine Chance auf das Produkt zu haben sodass man schon etwas genauer schaut was das eigentlich ist früher war das dann tatsächlich so sieht aus wie eine Kamera sieht aus wie ein Tablet draufhauen bestellen gibt es noch weitere Fragen ob es Leute gibt die davon leben dass sie da Produkte erklicken und rezensieren kann ich nicht genau sagen ich würde vermuten dass das nicht der Fall ist genau also da man sich nicht wirklich darauf verlassen kann jeden Monat hochwertige Produkte zu bekommen die dann irgendwie den Lebensunterhalt decken können falls jemand mehr Fragen hat würde ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken und das Ganze dann den Vortrag hiermit beenden vielen Dank